Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode des Wohnensacks. Heute zu Gast ist Chris Kauler. Chris war bereits in der Episode 46 zu Gast. Das ist etwa 100 Episoden her. Und er hat gerade sein neuestes Buch Heimische Tiere herausgebracht. Mittlerweile der dritte Band. Hi Chris, schön, dass du heute dabei bist. Hi Rado, danke, dass ich dabei sein darf. Erstmal muss ich mich entschuldigen für meine Stimme. Ich hatte gerade Corona und habe ab und zu eine raue Stimme. Und wir hatten irgendwie ein zweistündiges Vorgespräch, eine zweistündige Vordiskussion und habe dabei so gehustet, dass ich, glaube ich, gerade nicht optimal klinge. Aber zum Glück ist mein Redeanteil heute gering und deiner hoffentlich groß, Chris. Von daher hoffe ich, dass das in Ordnung ist. Und wir haben uns im Vorgespräch vorgenommen, alle Zuhörer aus Neuseeland zu grüßen. Schön, dass ihr zuhört. Ich habe festgestellt, dass in den Top Ten meiner Hörer tatsächlich Neuseeland als Land in den Top Ten ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, wer mir aus Neuseeland zuhört, bitte schreibt mir eine Nachricht. Das finde ich richtig cool. Schön, dass ich Neuseeländische Zuhörer habe. Finde ich auch cool. Also Hut ab. Chris, wir haben uns ja eigentlich nur ein Thema per WhatsApp auferlegt. Aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, weil damals 2021, August 2021, haben wir damals aufgenommen. Da warst du ja so am Anfang deiner Selbstständigkeit. Du hast auf YouTube ganz viel weitergemacht. Und mich würde interessieren, A, wie läuft es bei dir? Und B, wie ist denn momentan deine Ausrichtung? In welche Richtung möchtest du dich momentan ausrichten? Wie geht es dir insgesamt? Also damals, als wir die Folge aufgenommen hatten, das war ja, glaube ich, war wirklich mein erstes Jahr. Also die gründen wirklich die ersten Schritte, die Gründungsphase. Und da war vieles noch ganz, ganz neu. Und in der Zeit, in diesen drei Jahren, habe ich mittlerweile so viel gelernt. Ich habe ein durchaus anderes Bild auf viele Dinge bekommen. Und habe mich jetzt aber schon so ein bisschen eingearbeitet in die Materie. Mittlerweile ist auch das dritte Buch draußen. Also jedes Jahr habe ich ein Buch rausgebracht. Und es ist einfach auch stetig, also wirklich ein stetiger Lernprozess. Das wird auch nicht aufhören. Die nächsten fünf Jahre werde ich noch genauso viel lernen wie jetzt die letzten drei Jahre. Aber ich finde es gut. Also ich finde das klasse, dass dieser Beruf einfach so vielfältig ist. Und ich habe mich davor mit dem Drucken zum Beispiel gar nicht so intensiv beschäftigt. Da hat man mal einen Probedruck gemacht. Und ja, das war es. Es sah gut aus. Hat man dann großflächig gedruckt. Und jetzt ist es halt eine ganz andere Schiene. Gerade mit diesen Büchern. Allein das ist halt ein riesen Lernprozess gewesen. Und ja. Aber ich genieße es nach wie vor, wie damals, rauszugehen, in die Natur zu fotografieren. Und Rado, wir hatten das ja schon im Gespräch vorher. Du hast gesagt, das ist immer noch Hobby für dich. Und für mich ist es halt auch immer noch Freizeit letztendlich. Wenn ich das nicht als Freizeit betrachten würde, dann wäre das auch, dann wäre das nicht zu stemmen. Dann würde man rund um die Uhr arbeiten. Und wenn ich rausgehe fotografieren, dann ist es immer noch Kopf ausschalten und einfach mal entspannen. Ja, wir haben beide festgehalten, dass das Arbeitszeitschutzgesetz nicht naturfotografenkonform ist. Und deswegen ist das unser Hobby und keine Arbeit. Das ist, finde ich, eine gute Zusammenfassung. Ja, und halt die Stunden vorm PC, Bilder bearbeiten, Videoschnitt. Das ist halt dann wirklich Arbeit. Wie ist denn generell deine Ausrichtung im Moment auf YouTube und was ist so die Zielgruppe? Weil ich habe das Gefühl, dass du nicht ein reiner Technik-YouTuber werden willst, sondern eher biologischere Themen mit in den Vordergrund rücken möchtest. Gar nicht mehr nur den Fokus auf Fotografie legst, sondern eher ein breiteres Spektrum ansprechen möchtest. Wie ist denn da im Moment deine Ausrichtung? Ja, also das hast du ganz gut analysiert. Ich bin Naturfotograf, das ist meine Passion, aber ich bin eben auch Biologe. Und ich finde, wir als Naturfotografen haben die Verantwortung, einerseits mit unseren Bildern die Schönheit der Natur zu zeigen, aber auch zu bilden. Und dadurch, dass die Artenkenntnis mir halt ganz gut liegt, zumindest was die größeren Tierchen angeht, also Insekten und Fische, und das ist nicht so meine Welt, aber Vögel, Säugetiere, Amphibien, Ratilien, da bin ich ganz fit drin, da will ich auch bilden. Und ich finde, das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt von einerseits Artenkenntnis zu vermitteln und das ist halt Umweltbildung und Naturschutz gleichzeitig oder zumindest der erste Schritt für den Naturschutz. Was ich mich immer frage, wenn ich dann mir solche Aufrufzahlen überhaupt angucke, sorgt das eigentlich für Frust, wenn du siehst, dass irgendein, in Anführungszeichen, dummes Tech-Review oder halt Technikerfahrung wesentlich mehr Klicks bekommt als im Endeffekt der Content, der dir mehr Freude bereitet, der dir mehr am Herzen liegt? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich versuche da halt eine gesunde Mischung zu haben, dass es nicht zu techniklastig wird. Ich finde es, also wenn man nur noch so Rumors macht zum Beispiel, da taucht ein Gerücht auf, dass da das und das Objektiv kommt und man da ein Video zu macht, das wird gut geklickt, aber das finde ich jetzt nicht so wertvoll, ich persönlich. Ja, da schaut man schon mal neidisch rüber, weil andere Videos einfach viel mehr Aufrufe haben anstatt die eigenen, aber so ist das halt. Das wird immer so sein und da werden große YouTuber, die einfach nur unterhalten, immer auch, also egal welche Sparte jetzt, immer mehr Aufrufzahlen haben als ich. Aber das ist ja kein Nachteil letztendlich für einen persönlich selbst. Von daher muss man da eigentlich ganz neutral an die Sache gehen. Ich stelle es mir einfach frustrierend vor, wenn man so viel Zeit und Arbeit in ein Video reinsteckt und, also jetzt nehmen wir mal an, du machst ein Video zu irgendeiner aufwendigen Tierart und steckst da echt viel Zeit auch noch rein und Liebe und machst auch noch schöne Fotos. Und dann kriegt irgendwie so ein Review von deinem 100, 500 einfach gleich dreimal so viele Klicks und keine Ahnung, würde man da nicht auch manchmal auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, hey, da mache ich nur noch blöde Technik-Videos und fotografiere einfach nur für mich und zeige das keinem anderen mehr, wie ich fotografiere? Ja und nein. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre das besser, aber ich bin halt auch nicht so der Technik-Nerd. Ich will einfach, dass es funktioniert und ich will fotografieren und die Biologie interessiert mich dann halt doch mehr als die Technik. Von daher verfolge ich das weiterhin. Und irgendwann wird das auch fruchten. Da bin ich mir sicher. Man muss halt konsistent dabei bleiben. Und was macht dir im Alltag im Moment am meisten Spaß von all den Sachen, die du machst? Das Fotografieren. Also wenn ich mal Zeit habe, Zeit finde, dann gehe ich raus, fotografiere und einfach in der Natur zu sein. Also es klingt blöd, aber als professioneller Naturfotograf fehlt mir die Zeit, rauszugehen, um draußen zu fotografieren. Schön, dass da mal einer ausspricht, weil ich glaube, die meisten trauen sich das gar nicht zu sagen, aber auch so kann es sein. Warum fehlt dir die Zeit zum Fotografieren vielleicht? Ja, also aktuell sind es Kalender, die ich verpacken muss oder ganz viele E-Mails zu beantworten. Das ist schön. Das ist auch in der Jahreszeit top. Also jetzt geht gerade sowieso nicht so viel in der Natur. Wenn das jetzt im Frühjahr wäre, dann wäre das nicht zu stemmen. Jetzt bin ich wirklich auch ganz froh, mal abzuschalten, nicht immer rausgehen zu müssen, nicht immer so gefordert zu sein. Aber manchmal wünscht man sich halt doch, wenn die Tage so kurz sind, dann anschließend noch rauszukönnen. Und das ist halt nicht machbar. Und das kennt ja jeder, der einen normalen Job in Anführungszeichen verfolgt. Man kommt nach Hause jetzt um die Jahreszeit und es ist dunkel. Und denselben Frust erleben wir oder ich halt zumindest auch. Werbung. Und ich danke euch auch für die positiven Zuschriften, wie gut das Einkaufserlebnis bei acphoto.com war. Das macht mir persönlich Spaß und gleichzeitig Freude auch weiterzumachen. Und dementsprechend gibt es auch im neuen Jahr wieder die Unterstützung durch acphoto.com. Das heißt, über den Affiliate-Link in den Shownotes könnt ihr euer individuelles Angebot bei acphoto anfordern. Das heißt, ihr spart etwas und unterstützt gleichzeitig meinen Podcast. Dafür bedanke ich mich sowohl bei acphoto als auch bei jedem einzelnen Hörer. Und jetzt zurück zum eigentlichen Thema. Schön. Wir haben uns ja jetzt ein Thema ausgesucht oder wie soll ich sagen, ein kleines Konglomerat an Themen für den heutigen Podcast, dass wir nicht nur eine Laber-Folge darüber machen, wie es dir geht. Wir haben uns die Überschrift gesetzt. Wir haben uns eigentlich drei Überschriften gesetzt im Vorfeld. Und zwar Tierfotografie, wie man in Tiere im natürlichen Lebensraum oder in der natürlichen Umgebung einfängt. Dass wir da vielleicht mal ein paar handfeste Tipps raushauen, wie kann man in der Tierfotografie das Tier natürlich darstellen. Und ich denke, gerade als Biologe gehen wir damit fast schon in die zweite Überschrift mit hinein. Nämlich auch Tierverhalten verstehen und in der Fotografie nutzen. Und die dritte Überschrift, die wir uns gesetzt haben, ist Tierporträts, den Charakter von Tieren einfangen. Das heißt, wir haben eigentlich drei Überschriften, die fast nahtlos ineinander übergehen werden, nehme ich an. Und deshalb sollten wir vielleicht einfach mal damit anfangen. Tierfotografie, wie fangen wir denn das Tier in der natürlichen Umgebung ein? Was ist da wichtig? Was für Techniken können wir denn da vielleicht auch nutzen? Und dass wir uns da ein bisschen Gedanken drüber machen. Ja, also so ein Tipp von mir ist einfach, weniger ist mehr. Einerseits von der Brennweite her, dass wir mit weniger Brennweite arbeiten. Dadurch haben wir automatisch mehr Lebensraum eingefangen. Und wenn das Bild ein bisschen reduzierter wirkt, dass wir das Tier minimalistisch abbilden und den Lebensraum aber trotzdem interessant gestalten und entweder führende Linien haben oder mit der Freistellung so arbeiten, dass das Tier trotzdem als erstes in den Blick gerät. Man kann natürlich auch, also es gibt immer Ausnahmen. Von jedem Bild, von jedem Tipp gibt es Ausnahmen. Also man kann natürlich auch so ein Suchbild, so ein Wimmelbild machen. Das geht auch alles. Aber ich bin persönlich Fan davon, mit einer kurzen Brennweite, sei es 135 oder 328 oder sowas, einerseits durch die Blende freigestellt und das Tier minimalistisch darstellen. Aber das ist halt, wie gesagt, nicht untergeht dann in dem ganzen Wust am Drumherum. Was bedeutet denn für dich minimalistisch darstellen vielleicht? Dass das Tier eben nicht formatfüllend im Bild zu sehen ist, das ist schön. Gehört zu einer Serie immer dazu. Also ich mache, ich fange zum Beispiel immer persönlich so an, ich arbeite fast nur noch in Serien und dann ist für mich das Porträt das erste Bild. Und dann fängt man an zu spielen. Dann nutzt man auf einmal mal eine andere Brennweite, nimmt ein Telezoom, arbeitet mal mit 200 Millimetern. Oder halt ein 300er 2.8 ist in meinen Augen eine ziemlich ideale Brennweite, dass man damit mal fotografiert. Man ist verleitet, gerade ich, ich habe ein 600er daheim liegen, plus die Extender. Man ist immer dazu verleitet, die maximale Brennweite auszureizen. Aber das ist nicht immer der richtige Weg. Gut, also minimalistisch bedeutet für dich erstmal die kleinere Abbildung des Tieres. Die kleinere Abbildung und für mich kann ein, naja, Minimalismus gibt es auf verschiedenen Ebenen in meinen Augen. Also einmal die farbliche Darstellung ist da auch noch ganz wichtig. Man kann auch ein Spotlight haben zum Beispiel. Das fällt jetzt auf eine Eule, die da im Baum sitzt und du belichtest unter. Also die Eule wird normal belichtet, aber alles andere wird schwarz. Dadurch hast du auch wieder ein reduziertes Bild. Das ist für mich auch Minimalismus. Gut, dann lassen wir das Ganze mal ein wenig strukturieren. Weil jetzt haben wir ja ganz viele Ideen gesammelt. Wie schaffen wir das jetzt, das Tier im natürlichen Umfeld überhaupt anzusiedeln? Was muss denn überhaupt vom Umfeld gegeben sein, damit wir das Umfeld überhaupt spannend und fotogen erachten auf der einen Seite? Und was muss das Umfeld überhaupt geben, um als natürlicher Lebensraum wahrgenommen zu werden? Weil ich sag mal, eine Ente, die auf dem Gehweg hockt, hat ja jetzt nicht unbedingt die natürlichste Umgebung, die du gerne zeigen möchtest. Das heißt, was muss denn die Umgebung bringen, damit es sich lohnt, dort zu fotografieren? Wie suche ich denn überhaupt meine Location dafür aus in der Tierfotografie? Ja, also das ist, ich sehe es ein bisschen anders, weil die Tiere einfach anpassungsfähig sind und ganz, ganz viele Tierarten sind in die Stadt gewandert. Und das ist für mich, gerade für Anfänger, der größte Tipp, geht in die Städte und fotografiert dort. Da haben wir interessante Spannungsfelder, wir haben Konflikte, Mensch-Tier-Interaktion. Das wirkt automatisch schon deutlich besser. Wenn wir da jetzt eine Blaumeise brütend oder nistend in der Ampel haben, die da immer ein- und ausfliegt, das ist spannend. Das ist viel spannender, als wenn wir da ein Astloch hätten. Und deswegen würde ich es am Anfang in der Stadt probieren, weil die Tiere auch zutraulicher sind. Die kennen die Menschen, da üben wir keinen Stress aus. Und jetzt in der freien Natur einen Vogel am Brutplatz zu fotografieren, sollten wir meiden. In der Stadt ist es halt wirklich eine andere Schiene. Aber halt auch nicht immer. Auch da gibt es wieder Ausnahmen, natürlich. Aber natürliches Umfeld, ja, wie kann man das definieren? Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich habe ja immer, oder mir geht es so, ich habe bestimmte Bilder im Kopf, egal ob es in der Stadt oder auf dem Berg oder im Wald ist. Und für mich ist ein fotogenes Umfeld, hat immer auch was mit dem Licht zu tun und der Möglichkeit, was ich dort fotografieren kann. Also wenn ich eher in einer Niederung bin, ist es für mich fotogener, wenn ich eine Location habe, wo sich zum Beispiel regelmäßig Nebel bildet. Weil wenn dort eh kein Licht ist, kann ich wenigstens vielleicht was mit fluffigen Farben machen oder mit Weichheit von Nebel und so weiter. Und wenn ich eher eine Location habe, wo ich morgens und abends oder nur an einem der beiden Tageszeiten schönes Licht habe, dann würde ich ja immer dann dorthin gehen, wenn da schönes Licht reinfällt, anstatt wenn kein Licht da ist. Das heißt, ich würde immer auch diesen natürlichen Lebensraum drumherum daran knüpfen, wann ich dort ideale Bedingungen habe, rein aus der Lichtsituation, um ein gutes Bild zu machen. Weil was bringt mir denn das zwanzigste Foto von der gleichen Ente oder dem gleichen Fuchs, wenn das Licht dazu nicht passt? Und die Ampel, die du zum Beispiel benannt hast bei der Brut, kann ja durchaus ein spannendes Licht geben, so zur blauen Stunde. Wenn von hinten noch der Vogel angeleuchtet wird von der Ampel, kann das ja ein wahnsinnig spannendes Licht sein. Aber ich glaube, dass das Licht oder mit dem Licht steht und fällt ja immer die Fotografie und dementsprechend zeichnet, glaube ich, eine natürliche Umgebung, die fotogen ist, immer auch aus, dass wir uns Gedanken darüber machen, was für eine Lichtsituation optimal ist, um diese Art dort überhaupt fotografieren zu können. Und die Frage, kann man dort überhaupt irgendwas mit irgendeiner Form des Lichts anfangen, wo man fotografieren will? Oder wie siehst du das? Wie wählst du deine Location dazu aus? Also vielleicht nochmal auf das Licht zurückzukommen erstmal. Ich finde, ja, es unterstützt und untermalt und bringt natürlich auch eine besondere Stimmung rein. Aber je nach Licht kannst du natürlich auch ganz andere Stimmungen dadurch erstellen, kreieren. Und du kannst jetzt Alpentiere, Alpenvögel zum Beispiel, einen Bartgeier kannst du bei Sonnenschein wunderschön porträtieren. Aber du kannst ihn auch beim heftigsten Schneefall porträtieren. Du kriegst einfach verschiedene Bilder und trotzdem ist es das natürliche Habitat. Und also da, finde ich, ist einfach das Licht eine Unterstützung, ein Bild zu kreieren, um das nochmal stimmungsvoller wirken zu lassen. Aber es ist jetzt nicht ein Kriterium in meinen Augen. Okay, wie würdest du denn, oder welche Kriterien stellst du denn dann an die Location, wo du das Tier abbilden möchtest? Weil, nehmen wir mal an, du hast eine, ich meine, eine Allerweltsart oder eine normale Art, die durchaus öfter als einmal vorkommt. Dann hast du ja die Möglichkeit zu wählen, in welchem Park oder in welchem Waldstück oder auf welchem Feldstück du fotografierst. Wonach suchst du aus, welche Location du zum Fotografieren wählst? Also wenn es eine Allerweltart ist, da, wo ich am meisten, also wo ich mich am meisten austoben kann, wo ich eine Vielzahl an Bildern bekommen kann. Aber oft ist es dann auch so Location-Hopping, nenne ich es mal, dass man die Stock-Enter jetzt einmal in den Stadtpark fotografiert und andererseits auf dem schönen See mit Sonnenuntergangsstimmung, weil man da besser freistellen kann. Aber in der Stadt kriegst du halt ein ganz anderes Bild von der gleichen Art. Also ich, ähm, wie soll ich das sagen? Für mich ist die Location eher zweitrangig. Und das merkt man ja auch häufig. Man muss sich, also wenn, doofes Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein seltener Vogel auftritt, dann musst du dich ja damit arrangieren, dass dieser Vogel auf dem Acker sitzt. Und dann musst du halt denken, wie kann ich den entsprechend in Szene setzen? Oder aktuell ist ein Mauerläufer in Rheinland-Pfalz an der Burg und der klettert da an der Wand rum. Wie kannst du den schön in Szene setzen? Einerseits durch sein Verhalten, weil er immer wieder die Flügel aufspannt und da sein rotes Gefieder zeigt. Du kannst aber auch die Szenerie oder die Gegend ausblenden, indem du mitziehst. Und es gibt ganz viele verschiedene Techniken, wie du das machen kannst. Dann wartest du mal aufs bessere Licht oder auf Schatten und Regen, nutzt harte Kontraste. Also da ist ganz, ganz viel möglich, egal wie die Location ausschaut. Ein super Beispiel, wie du eben durch deinen Technikkasten bei jeder Location auch schöne Bilder machen kannst. Ich glaube, gerade das Beispiel des Mauerläufers ist ja perfekt, weil du ja eben mit, so was wie ein Mitzieher, eben auch die Burg vollkommen ausblenden kannst. Und da sieht das wieder vollkommen natürlich aus. Das heißt, es geht ja nicht nur um die Frage, wo das Tier ist, sondern auch, was wir als Fotografen daraus machen und wie wir damit umgehen. Vielleicht auch ein Fehler, den ich gerne mache. Ich überlege mir sehr oft, wo ich das Tier gerne haben möchte, um es dann, also quasi ich kreiere die Landschaftsaufnahme und warte dann, dass das Tier eben auch dort steht, weil ich dann manchmal gerne das komplett natürliche Umfeld habe. Und mein Motiv eben, dass sich darin befindet, so wie ich mir das ausgemalt oder idealisiert habe. Und dann arbeite ich auch gerne genau darauf hin, um es genau dort abzubilden. Das ist halt ein langer Weg. Das ist, das Bild sieht dann im Endeffekt super gut aus. Es ist aber ein ewig langer Weg, der auch sehr frustrierend sein kann. Also das würde ich halt gerade für Anfänger dann anders angehen, weil das Frustpotenzial einfach extrem hoch ist. Und dann braucht man halt auch die richtige Technik dafür. Dementsprechend mit dem Telezoomen kann man so viel anstellen, dass ich da einfach die Situation ergreifen würde, wenn ein Tier da ist und da das Beste draus machen. Also auch wirklich mit mitziehen kann man auch mitten in der Stadt die unnatürlichste Umgebung schön darstellen. Dann lass uns doch genau an der Stelle einsetzen und sagen, okay, was sind denn deine Top 5 Tipps genau in diesem Umfeld, wie man durch fotografische Technik interessante Bilder erzeugen kann ohne großen Aufwand. Wir haben schon mal den Mitzieher als Punkt Nummer 1. Ja, dann auf den Hintergrund achten, weil der elementar für das Bokeh ist. Und auch in der Stadt, wenn da jetzt irgendwie Straßenbeleuchtung ist, U-Bahn oder sowas, aber gerade das zur Dämmerung oder Nacht sieht halt unfassbar gut aus. Und da muss es auch gar nicht so lichtstark sein. Man braucht halt oft ein bisschen mehr Brennweite. Also so ein 100-400er, 100-500er, 150-600er. Damit kann man auch wunderschönes Bokeh erzeugen. Das heißt, du arbeitest in der Stadt lieber mit dem Zoom als mit der Festbrennweite oder? Ja, weil es kleiner ist und es weniger wertvoll ist, in Anführungszeichen, wenn man mal überfallen wird. Das hat schon einen Grund, ja. Wie oft wurdest du überfallen in der Stadt? Ich wurde noch nie überfallen in der Stadt, aber auch schon dumm angemacht. Und klar, das Equipment ist versichert, aber man muss es auch nicht provozieren, wenn man da jetzt so mit einem weißen 600er durch die Gegend rannt. Okay, dann haben wir jetzt die ersten zwei Tipps. Einmal auf den Hintergrund achten, eventuell Bokeh-Bubbles durch schöne Lichter wie Laternen und so weiter. Und wir haben den Mitzieher. Ja, dann natürlich wie immer in der Tierfotografie viel Zeit mitbringen, das Verhalten studieren, Interaktion fotografieren. Also es gibt, das ist für mich so die Königsklasse der Bilder, wenn man auf einmal Verhalten von den Tieren abbildet. Wenn man Streitereien zwischen Artgenossen fotografiert, wenn man fotografiert, wie die Stockente auf einmal die Flügel ausbreitet, wie sie sich putzt. Auch da kann man wieder eine längere Belichtungszeit auch wieder mit einspielen lassen. Die Fotografie, Naturfotografie ist immer ein großes Experiment. Man muss sich einfach die Zeit nehmen und beobachten und dann spielen, mit der Kamera spielen. Und wenn man aus Versehen mal falsche Einstellungen hatte, können die sogar zum Ziel führen. Also bei der Tierfotografie spielt halt auch eine gewisse Portion Glück mit ein. Aber die Zeit ist letztendlich das Elementare. Und ich glaube, das Glück, das Tüchtigen überwiegt dann am Ende. Und wie finde ich möglichst viele Tierarten in der Stadt? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, jetzt möchte ich gerne damit experimentieren. Wie finde ich die Tierarten in der Stadt überhaupt? Überall da, wo Wasser ist. Also Wasser zieht Tiere magisch an. Dort finden wir halt diverse Wasservögel, was charakteristisch ist. Und dort sind meistens auch dann Grünareale rund um diese Wasserkörper. Dementsprechend finden wir da auch alle anderen Tierarten. Gut, jetzt hast du gesagt, eigentlich Zeit mitbringen und Tierverhalten. Und damit hast du uns mehr oder weniger automatisch die Brücke gebaut zu der zweiten Überschrift. Nämlich Tierverhalten verstehen und in der Fotografie nutzen. Jetzt haben wir irgendwelche Tiere uns vorgenommen. Wie lernen wir denn etwas über das tierische Verhalten? Weil ich glaube, vielen fällt es sich halt unheimlich schwer, diesen Schritt zu machen von ich habe mal eine Ente oder einen Spatz fotografiert zu wie komme ich weiter? Wie lerne ich etwas über Tierverhalten? Also ich stelle mal wieder fest, dass dieser Sprung von mal ein Tier fotografieren zu irgendwie Tierverhalten verstehen lernen ein sehr, sehr großer ist. Das merke ich immer wieder in meinen Workshops, dass diese Frage durchaus präsent ist, wie man sich auch eigene kleine Projekte überlegen kann. Wie lerne ich denn am besten Tierverhalten? Also vielleicht da noch eine kurze Ausführung. Ich fand es viele Jahre hinweg unmöglich, wilde Tiere zu fotografieren, weil es einfach sehr frustrierend ist. Es ist schwierig, man sieht sie nicht. Und erst auf den Falklandinseln, als ich mit Pinguinen gearbeitet habe, habe ich gemerkt, hey, es gibt Tiere, Tierarten, die einfach anders drauf sind. Und die Tiere in der Stadt sind eben auch anders drauf. Und das Erste, was ich halt immer mache, ist im Internet recherchieren. Einerseits sich über Habitatansprüche zu informieren zu den entsprechenden Tierarten. Dann natürlich auch einfach mal googeln, die Stadt, wo man lebt und die Tierarte entsprechend. Und dann findet man auch schon häufig Hinweise, wo man was sehen könnte. In fast jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile Uhus, Füchse gibt es überall, Kaninchen. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es für jede Tierart oder fast jede Tierart in Deutschland auch eine urbane Population gibt. Oder Einzeltiere, die im städtischen Raum vorkommen, die einfach deutlich toleranter sind. Das heißt, du sagst, die Nähe zum Tier schlägt immer die maximale Brennweite, die man besitzt. Und man kann dadurch anders arbeiten. Also irgendwann ist ja auch die größte Brennweite nicht mehr gut, weil du Luftflimmern hast. Die Extender verringern ja auch die Abbildungsleistung. Und ich würde nicht sagen, dass es gut ist, an jedes Tier nah ranzugehen. Überhaupt nicht. Aber mit bestimmten Tierarten kann man das halt schon machen. Also wirklich so Zahn, Stockenten oder Gänse in den Städten. Wir müssen halt schon immer bedenken, dass es für viele Tierarten Stress sein kann, wenn wir da auftauchen. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und man sollte lieber einen Schritt zurück machen als drauf. Gerade wenn man sich unsicher ist. Aber ja, es gibt genug Standorte, wo wir relativ frei fotografieren können. Und wenn wir halt eine Tierart haben, die so eine Stockente die Nähe zulässt, dann können wir auch mit einem Weitwinkel fotografieren. Und dann haben wir auf einmal nochmal eine Möglichkeit mehr, als wenn wir jetzt nur lange Brennweite hätten. Genau, also ich finde immer, dass wenn man eine gewisse Nähe zum Tier hat, die, ich sag mal, es reicht ja aus, auf irgendwie 200, 300 Millimeter nah ranzukommen. Dann ist aber die Möglichkeit, die man damit hat, wie man das Tier in die Umgebung einbettet. und wie man mit ihm interagiert und fotografische Möglichkeiten entwickeln kann. Da haben wir einfach ganz, ganz andere Optionen, als wenn man immer mit einem maximal scheuen Tier arbeiten kann, wo selbst entweder Geruch oder gehört werden sozusagen bereits dazu führt, dass das Tier abhaut. Das heißt, für mich schlägt eine gewisse Nähe zum Tier liebend gern die Brennweite. Also ich fotografiere lieber mit einer kurzen und mit einer langen Brennweite das gleiche Tier, als wenn ich eben nur darauf achten muss, es überhaupt auf den Sensor bannen zu können. Deswegen finde ich eben diese Nähe eigentlich durch nichts zu ersetzen. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück. Du hast ja genau das gesagt im Endeffekt, dass diese Nähe zum Tier und überhaupt zu verstehen, dass es Tiere gibt, die auch Nähe zulassen, dass das für dich was gemacht hat mit deiner Lernkurve. Kannst du das nochmal ausführen? Dadurch kann man halt die Tiere intensiver studieren, weil man mehr Zeit mit ihnen verbringt. Und wenn man einfach mal ruhig da sitzt, dann merkt man, dass die Tiere auch von alleine zu einem kommen. Und da sieht man halt auch Bewegungsmuster von den Tieren. Man sieht die Interaktion, man sieht die Rangordnung von den Tieren. Und das hat halt dann durchaus auch wieder Einfluss auf die Fotografie. Du kannst Dinge besser abschätzen, wann ein Tier wo auftaucht. Und das kommt halt auch alles wieder mit der Zeit, die man mit den Tieren verbringt. Du sagst also, Lernen am Beispiel im Feld von Tierverhalten ist besser als aus einem Buch? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit dem Spektiv und Fernglas hunderte Stunden draußen gesessen und habe die Tiere beobachtet. Und nur dadurch habe ich letztendlich gelernt. Aber ich bin auch dieser Typ. Ich kann mir keine CD mit Vogelstimmen anhören und dann habe ich die drauf. Das funktioniert bei mir nicht. Ich muss die aktiv singen sehen und dann präge ich mir den Gesang ein. Das ist einfach viel, viel einfacher für mich. Andere können das. Also der Mann von meiner Schwester zum Beispiel, der hört sich einfach mal die Heuschrecken an, wie sie zirpen und kann auf einmal die Heuschrecken bestimmen. Das ist für mich unmöglich. Also ich lerne besser im Feld und man bekommt auch einfach viel, viel mehr mit, wenn man draußen ist. Es ist ja nicht nur die eine Vogelart, die man auf einmal beobachtet. Auf einmal rennt eine Maus zwischen den Beinen durch, ein Specht hämmert. Und man bekommt so viel mit von dem ganzen Umfeld, was man einfach sonst verpassen würde, weil man sich nicht die Zeit genommen hat. Und wie kann ich dieses Tierverhalten, das ich jetzt verstehen lerne, nutzen für die Fotografie? Mir fallen ja unendlich viele Möglichkeiten ein, weil es ja so essentiell ist für gute Tiere. Also ich finde, Verstehen der Tierarten ist essentiell, um die gut auf den Sensor zu bannen, oder? Ja, ja, oder zumindest, ja, doch, ja, ja, genau. Also ich finde, wenn man das Verhalten kennt von den Tieren, dann weiß man zum Beispiel, wann ein Tier auftaucht. Wann es sich überhaupt gar nicht lohnt, da hinzugehen. Man lernt aber auch, wie ich schon gesagt habe, die Rangordnung kennen. Man merkt, wenn jetzt der Schwan kommt, dann geht die Stockente weg zum Beispiel, weil sie halt sonst verprügelt werden würde vom Schwan. Lauter solche Sachen. Und das ist halt elementar. Man muss sich halt so ein bisschen mit den Tierarten einspielen auch. Ich musste gerade auch schmunzeln, weil du mehr oder weniger im ersten Atemzug genau das gesagt hast, was auch meine erste Intention war bei dem Ganzen, nämlich taucht oder kann das Tier überhaupt dort auftauchen, wo ich es gerne haben möchte? Weil damit steht und fällt ja sozusagen oftmals das ganze Bild. Wenn du dir vorstellst, du möchtest gerne mit dem ersten oder mit dem letzten Licht oder so an einer Stelle ein Tier stehen haben oder sitzen haben oder wie auch immer, dann möchtest du das ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch erleben. Und dann musst du ja auch ein Gefühl dafür haben, ist das verhaltenstechnisch überhaupt realisierbar, dass diese Art überhaupt dort auftaucht oder nicht? Weil wenn nicht, dann brauchst du nicht noch zehn Morgene dort an der Stelle zu hocken. Und du lernst halt auch die Habitatpräferenzen kennen. Also viele fragen mich, wie findest du überhaupt Eulen? Aber wenn du einmal weißt, wo welche Eulenart auftauchen kann, gestern zum Beispiel. Ich weiß, dass das Habitat gepasst hat. Ich weiß, dass sie eben an diesem Weg diese etwas höheren Gräser bevorzugt. Und dann saß da eine Sumpfohäule. Wenn ich durch den Wald laufe, dann weiß ich, dass die Bäume geeigneter sind für Raufeskaut, Sperlingskauts oder Waldkauts, beziehungsweise die Waldhabitate. Also das ist halt auch ganz wichtig, dass man auf einmal diese Präferenzen von den einzelnen Tierarten kennenlernt. Und wo lernst du denn solche Präferenzen von einer Eulenart kennen? Woher weißt du denn, wo sich die Eule gerne auffällt? Weil um die zu studieren im Feld, muss ich ja erstmal überhaupt einen entdeckt haben. Da habe ich ja dieses Henne-Ei-Problem in dem Moment, oder nicht? Also erstmal Literatur, sich belesen und dann gibt es auch diverse, entweder Stadtparks wieder, wo man Eulen entdecken kann. Es gibt aber auch ganz viele Exkursionen, die angeboten werden von Naturschutzverbänden, die eben Eulen zeigen, die noch mehr Wissen über die Eulen verbreiten. Und das macht auf jeden Fall Sinn, da auch mal teilzunehmen. Also ich habe das auch schon mehrfach gemacht und das macht einfach Spaß. Man trifft Gleichgesinnte auf einmal, man hat Austausch und lernt dadurch automatisch. Und wenn du jetzt sagst, du beliest dich zu einem Thema, wie finde ich heraus, welche Bücher lesenswert sind? Gibt es da irgendwo eine Zusammenfassung? Gehe ich erstmal bei Amazon hin und gebe Eulenbuch ein oder wie würdest du vorgehen zu einem Moment? Mein erster Blick ist erstmal Wikipedia. Ich lese erstmal den Wikipedia-Artikel durch. Das gibt einem schon mal einen ganz guten Überblick zu den einzelnen Tierarten. Natürlich lernt man da nicht so das Verhalten. Da muss man wirklich diese einzelnen Monografien anschauen. Da gibt es auch genügend, die auch erschwinglich sind. Und die sind aber schon fast schon wieder zu detailreich. Ich denke, der nächste Schritt ist dann, sich auch immer auszutauschen mit Freunden, mit anderen Fotografen. Auf YouTube ist auch eine riesen Zugriffsquelle, wenn man da Fragen zu einzelnen Tierarten hat. Und dann kommt nach einer gewissen Zeit, also wieder Zeit, das Stichwort, Klarheit in die ganze Sache. Und eigentlich haben wir damit auch beide Facetten des Ganzen erstmal beleuchtet. Weil du ja anfangs erst bei der Feldbeobachtung warst. Aber wenn wir vorher noch nichts zu beobachten haben, müssen wir uns eben vorher auch belesen mit dem passenden Input. Also eigentlich muss man beides machen. Auf der einen Seite so viel Praxiserfahrung draußen, Beobachtungserfahrung, wie auch immer man es nennen möchte. Also eigentlich Praxiserfahrung für mich auf der einen Seite sammeln. Und auf der anderen Seite aber auch die theoretischen Basics sich irgendwo drauf schaffen. Und ob man das jetzt per YouTube, per Podcast oder per Buch macht. Solange man die passenden Informationen für sich selbst findet, ist es ja erstmal egal. Aber Hauptsache man findet die Informationen, die einen weiterbringt und näher eben auch an sein Traumfoto am Ende des Tages bringt. Oder zum Verstehen der Tierart unterm Strich. Darf ich dich nochmal unterbrechen? Es würde auch funktionieren, wenn wir 24 Stunden am Tag draußen wären. Dann würden wir auf einmal mal den Waldkauz abends rufen hören. Dann würden wir auch mal feststellen, dass er auch tagsüber ruft. Genauso andere Eulenarten. Und dann, so lernt man natürlich auch die Verhaltensweisen kennen. Aber die Zeit, die haben die wenigsten von uns. Aber ich glaube auch, dass wir zu tief drin sind, Chris. Weil, wenn du sagst, dann würden wir auch draußen feststellen, dass der Kauz ruft. Dafür musst du erstmal wissen, wie der klingt. Das ist ja, wenn ich irgendwo bin und sage, hast du das gehört, das war das und das. Oder hast du das gesehen da hinten? Dann gucken mich die meisten an, als ob ich verrückt wäre. Ja, und deswegen, ich glaube dieses, man ist draußen und hört den Kauz rufen, erfordert schon ein, wie soll ich sagen, oder ich weiß, das erfordert erstmal viele Stunden, die man draußen in der Natur verbracht hat. Und das ist, glaube ich, gar nicht ein Basic-Einstiegstipp, weil das klingt immer so despektierlich gegenüber denjenigen, die damit noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben. Aber tatsächlich ist es ja so, dass einfach diese Vogelart zu hören, ja, den Kauz, da braucht man einfach schon mal Erfahrung, um zu wissen, wie der klingt und den auch wiederzuerkennen. Weil, wie du ja selber auch gesagt hast, mit den Apps und so weiter, ich konnte mit Apps auch keine Vogelstimmen lernen. Und ich muss den auch sehen. Nur wenn ich den Vogel auch gesehen habe und weiß, warum der so klingt, oder irgendwie diese Visuelle mit dem Klang gehört für mich schon zusammen. Sonst kann ich damit nicht so viel anfangen in meinem Kopf. Das stimmt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man die Tierarten vor sich sieht. Also wenn jetzt auf einmal die Kohlmeise vor dir anfängt zu singen und du hast einen Fernglass dabei und dann siehst du den Vogel. Das ist, es fängt halt auch immer mit diesen häufigen Tierarten an, ganz automatisch. Und wenn man einmal diesen Grundstock drauf hat, dann kommt alles andere automatisch dazu. Es braucht einfach Zeit. Ja, es braucht Zeit. Es braucht einfach Zeit, ja. Also in Skandinavien habe ich zum Beispiel Polarlichter fotografiert und auf einmal fängt ein Säugetier anzurufen. Ich wusste, es ist ein Säugetier, aber ich wusste nicht, was das für ein Säugetier war. Und dann habe ich irgendwann aus Interesse einfach mal Videos über Luchse auf YouTube geschaut. Und da wurde dieser Ruf gezeigt. Und zwei Jahre später wusste ich, dass da ein Luchs gerufen hat. Das konnte ich vor Ort auch nicht einordnen. Also ich lerne tagtäglich dazu. Und jedes Mal, wenn ich draußen in der Natur bin, lerne ich dazu. Ich finde das ja mega spannend, dass wir gerade festgestellt haben, wie lange wir uns jetzt auch schon mit diesem Thema beschäftigen, dass wir eben auch Probleme haben, diese Basics nochmal uns in Erinnerung zu rufen, wie das denn war damals. Weil man ja letztendlich doch jeden Tag was dazu lernt und jeden Tag neue Informationen abspeichert über die Natur und damit ja automatisch auch diesen Bildungsweg beschreitet. Und wie schwer es eigentlich am Anfang ist, diese ersten Schritte zu machen. Und ich glaube, das vergessen wir immer ab einem, zumindest mir geht es oft so, irgendwann ist es so selbstverständlich, dass man irgendwas gehört hat oder gesehen hat und sofort die Tierart dazu sieht oftmals. Also wenn ich einen Vogel rufen höre, dann guckst du in die Richtung und hast oftmals schon ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wo der jetzt sitzt oder wo du hingucken musst und erkennst dich auch relativ schnell, was gerade passiert. Und diese Erfahrung zu sammeln, ich glaube, dass das Geheimnis wirklich nur die Zeit und das Interesse sein kann. Oder hast du irgendeine gute Abkürzung im Kopf? Nee, ich würde es nur ergänzen mit, man muss flexibel bleiben. Also ich habe zum Beispiel fast immer ein Makroobjektiv noch im Rucksack, dass wenn es mal nicht klappt oder ich nichts finde, dass ich dann zumindest Makros mache. Weil Makros kannst du überall machen. Okay. Weil man muss halt auch mal ausweichen, um nicht frustriert zu sein. Da hast du recht, Makros kann man immer machen. Also vor allem an Tagen, wo man gar nicht damit rechnet, es entstehen ja dann oft die schönsten oder interessantesten Bilder. Ja, ja und man muss sich auch da wieder die Zeit nehmen. Man muss sich einfach mal ins Laub legen und gucken, was sind da überhaupt für Tiere unterwegs. Man legt sich mal vor einen vermoderten Baumstamm und man entdeckt dann erst, was da für Leben drauf ist. Das ist gar nicht tot. Lauter solche Sachen. Also man könnte einen kompletten Makro-Workshop auf dem Supermarktparkplatz machen, weil es da so viel zu entdecken gibt, obwohl man nicht denken würde, dass da so viel ist. Also das ist, einerseits braucht man die Zeit, andererseits muss man auch ein bisschen kreativ werden und den Blickwinkel verändern. Das stimmt. Ich glaube, vor allem bei Tierfotografie oder Wildlife Photography verbindet man ja immer mit Säugetieren und mit Vögeln. Und die wenigsten verbinden das mit Amphibien, Reptilien und Insekten. Und das ist auch klassisch, ich will nicht sagen, dass es nicht zur Tierfotografie dazugehört, aber eigentlich schiebt man die ja viel, viel stärker in die Makro-Fotografie rein und in der Tierfotografie ist eigentlich nur Platz für die Vögel und die Säugetiere unterm Strich. Das ist ja auch das, wo die meisten, glaube ich, auch ihre Passion entdecken für die Naturfotografie und dann langsam überhaupt die anderen Sparten für sich entdecken, wenn überhaupt. Ja, das ist, es ist ein bisschen schade, weil viele Tierarten werden einfach so links liegen gelassen, Stockente zum Beispiel. Ich habe mir jetzt auch für mein aktuelles Buch die Weinbergschnecke mal vorgenommen. Und davon eine ansprechende Serie zu machen, ist schwierig. Ist wirklich schwierig, aber es macht Spaß, weil du hast Motive, die du findest. Außer du willst die halt gerade finden, dann findest du sie natürlich nicht. Aber das sind so Tierarten, die kannst du im Garten haben, die findest du auf dem Gehweg, die findest du beim Joggen. Gerade wenn es mal geregnet hat und gerade damit sollte man sich beschäftigen und versuchen, die einfach ansprechend zu belichten und sich nicht so drauf zu versteifen, dass man jetzt hier die seltensten Tierarten fotografieren soll, sondern mit etwas in Anführungszeichen einfachen anfangen, aber da halt die nötige Zeit mitbringen, um was richtig Schönes draus zu machen. Das finde ich auch einen super Tipp, weil ich glaube, nur mit dieser Zeit und der Liebe, auch bei so Kleinigkeiten, entwickelt man sich überhaupt fotografisch weiter, weil man sich auch die Fragen stellen muss, wie setze ich das denn jetzt schön in Szene und nicht nur seltener Art. Das ist auf jeden Fall auch nochmal etwas, was glaube ich ganz, ganz oft sehr, sehr stark vernachlässigt wird. Jetzt bleibt die letzte Frage übrig für uns. Wie schaffen wir es denn, den Charakter von einem Tier einzufangen? Oder gibt es überhaupt den Charakter von einem Tier, den man einfangen kann? Ich glaube, bei manchen Arten ganz sicher, bei anderen nicht. Wie würdest du das oder wie würdest du denn da vorgehen? Ja, das ist wieder das Beobachten. Also klar, man kann durch Blickkontakt eine intensive Bindung erzeugen und man kriegt auch so Charakter mit ins Bild. Aber ob das wirklich der Charakter vom Tier ist, das ist dann wieder so ein bisschen fraglich, wenn es direkt in die Kamera blickt. Ich habe gerade das Buch vor mir, da ist ein Hermelin drauf und der Charakter ist einfach, er ist unfassbar flink, er ist ein Jäger und er schaut putzig aus. Aber es ist halt wirklich so ein Wolfs- und Schafpelz. Und da den Charakter irgendwie zu erwischen, wäre halt auch wieder eine Interaktion, in Anführungszeichen, wenn das weiße Hermelin durch den Schnee mit einer Wühlmaus im Maul rennt zum Beispiel. Oder dass er doch noch Blutreste irgendwie um sein Gesicht hat. Das wäre der eigentliche Charakter von dem Tier. Er kann aber auch komplett putzig ausschauen und ja, da kriegen wir die stärkste Bindung über Blickkontakt letztendlich. Ja, ich glaube auch Charakter kann man entweder durch das Umfeld, den Lebensraum und dadurch durch die Umstände, in denen das Tier lebt, zeigen oder eben durch Interaktion mit anderen Tieren. Eine andere Möglichkeit haben wir ja fast gar nicht, weil das ist ja auch das, was die meisten Tierarten am Ende auszeichnen. Entweder die Interaktion mit den Tieren, die sie fressen oder mit den Artgenossen unterm Strich. Und auf der anderen Seite eben eventuell auch durch das Habitat oder wie die in diesem Habitat leben. Wenn ich gerade an Arten denke, die an sehr lebensfeindlichen Stellen leben, dann ist sehr oft auch genau dieser Lebensraum, der besonders spannend ist für die Charakteristika dieses Tieres. Ja, vielleicht noch Bewegung als so dritten Punkt, weil durch die Bewegung von vielen Tierarten kann man auch nochmal ganz viel zeigen, wenn sie sich einfach nur ducken oder wenn sie sich putzen. Und da kriegen wir auch nochmal ganz viel mit letztendlich vom Charakter vom Tier. An welche Tierart denkst du gerade? Ich habe hier gerade eine Mitgliederinformation vor mir liegen von der HGON und da ist ein Foto von der Wiesenweihe, das ich gemacht habe, drauf. Die schaut mich jetzt auch direkt an. Das ist ein Jungvogel, aber als ich da vor Ort war, hat man halt nochmal mehr gespürt. Man sieht aber auf dem Foto, dass es eben ein Jungvogel ist, dadurch ein bisschen verletzlicher ist, weil er halt eben auch ein bisschen getrunkener, nicht so selbstbewusst da sitzt. Und das ist halt auch diese Bewegung. Oder wenn wir an die Stockente wieder denken, wenn die sich einfach mal putzen, dann merken wir, wie reinlich die sind, wie süß sie sind. Wenn sie noch halb den Schnabel geöffnet haben, man kann quasi dieses Quaken noch hören. Das zeigt halt nochmal deutlich mehr, als wenn wir da ein Porträt hätten, wo nicht viel passiert. Ich finde es erstmal total spannend, wie du anscheinend genauso wie ich die ganze Zeit an irgendeine Tierart denkst, wenn wir von irgendwas erzählen, stellen wir uns eine Tierart vor und probieren, aus der Tierart heraus zu exportieren, zu überlegen, was macht es denn jetzt erstmal aus. Was ja auch verstärkt, wie wichtig es ist, diese Tiere auch so lange überhaupt zu beobachten. Und dann auch das Spannende, ich finde ja auch, dass die Stockente, du hast das jetzt so oft von der Stockente erzählt, gerade das Männchen mit den wunderschönen Federn im Halsbereich. Ich finde die auch wunderschön, aber halt auch wieder so eine Allerweltsart, wo keiner diese Gedanken dran verschwendet. Und ich glaube, heute haben wir, oder ich habe heute viel gelernt eigentlich darüber, wie viel ich in den letzten 20 Jahren Naturfotografie gelernt habe auf der einen Seite und wie viel einfach nur aus Interesse und Beobachtung entstanden ist. Weil darüber habe ich nie nachgedacht, dass eigentlich die Zeit, die ich draußen gesessen habe und mir Tiere angeguckt habe, dass ich dabei am allermeisten auch für das Verhalten und meine Fotografie gelernt habe. Das habe ich heute mitgenommen. Ohne das Gespräch wäre mir das gar nicht aufgefallen. Wie ist denn deine Empfindung, wenn du dir darüber Gedanken machst? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich habe halt auch beruflich als Biologe so viel draußen gesessen, dass das einfach von alleine gekommen ist. Aber ja, also hätte ich nicht diese Passion und diesen Aufwand erbracht, draußen zu sein, hätte ich natürlich nicht diese Aufnahmen, die ich jetzt habe. Auf gar keinen Fall. Das ist extrem viel wert. Es geht auch anders. Es gibt genug Locations, wo man das nicht wissen muss. Aber ich finde, dann geht auch der Spaß irgendwie verloren. Also so ein Bild erzählt eine Geschichte. Und das ist deine persönliche Geschichte von dir als Fotograf, als Ersteller dieses Bildes. Und diese Emotionen, die du erlebt hast, während dieses Prozesses das Bild zu erstellen, die willst du dir auch irgendwie im Bild mit einfließen lassen. Das Bild muss wirken, damit sich das alles rentiert hat. Das finde ich halt auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt. Deswegen sollte man sich am Anfang einfach nicht zu viel vornehmen. Das ist so ein schönes Schlusswort. Man sollte sich nicht zu viel vornehmen. Aber für alle diejenigen, die Freude daran haben, sich viel vorzunehmen, die können sich inspirieren lassen von deinem neuen Buch. Und ich verlinke das wie immer in den Shownotes. Die findet ihr unter naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast. Und ansonsten bedanke ich mich, Chris, dass du dir heute wieder einmal die Zeit für uns genommen hast. Und wer noch mehr Content von dir sehen will, der kann auch auf YouTube nach Chris Kauler schauen. Ich verlinke es einfach auch in den Shownotes vielleicht. Das ist das Einfachste. Sehr gerne. Also was ich vielleicht noch ergänzen kann, in meinen Büchern geht es eben um eine gesunde Mischung aus spannenden Tierarten, seltenen Tierarten, aber eben genau Weinberg, Schnecke, Stock, Ente, diese ganzen häufigen Tierarten, die man häufiger links liegen lässt. Das heißt, die ansprechend zu porträtieren, zu fotografieren, eine ganze Serie daraus entstehen lassen. Und auch dieses Seriendenken, das ist vielleicht auch wieder ein Thema für eine andere Folge. Aber man kann halt eine Geschichte erzählen, viel einfacher erzählen als in einem Einzelbild. Super, Chris. Dann bedanke ich mich und bis bald. Ja, ich danke auch. Macht's gut. Ja, ich danke auch.